So hallo wieder hier bei mir, dem Lücker von den Löwen, zu einer weiteren Folge von WeBuildPottersWorld und zwar zur allerersten Folge, die ich nach dem, ja man könnte Lockdown sagen, das bezieht man ja vor allem zur Zeit auf Corona, aber den PC Lockdown, ja zur ersten Folge, die ich nach diesem PC Lockdown aufnehme und wir befinden uns jetzt aktuell hier in der großen Halle. In der letzten Folge haben wir ja mit Chrissy aufgenommen, also die letzte Release der Folge, aber ich erkläre euch in dieser Folge jetzt auch, ja, was es jetzt aktuell mit der Map auf sich hat. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon erkennen könnt, die letzte Folge, also die Folge mit Chrissy, die war auf der, ich nenne sie jetzt einfach mal Übergangsmap. Ähm, und jetzt sind wir hier wieder in unserer alten Map, also die vor dem Lockdown. Und, ähm, ja, ich hab vor diesem Lockdown, ähm, hab ich, äh, viele Folge, äh, viele Folgen aufgenommen, ähm, die jetzt noch nicht aktuell draußen sind, denn diese Folgen, die werden, äh, rauskommen nach dieser Folge. Ähm, die Reihenfolge der aufgenommenen Folgen ist quasi, ich hab am Krankenflügel weitergebaut, dann kam die Folge mit Chrissy und jetzt kommt diese Folge. Aber jetzt mach ich das Ganze so, erst kam die Folge mit Chrissy, jetzt kommt diese Folge hier und danach die da hier, weil ich euch in dieser Folge hier gerne erklären möchte, was jetzt los ist quasi. Also das Problem, was jetzt mit meinem PC war, das kennt ihr ja jetzt alle schon, das hab ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und ich hab das Ganze, ich bin das Ganze so angegangen, weil wir ja in dieser Map noch nicht so weit waren, beziehungsweise schon weiter waren, ähm, und ich das quasi mit Chrissy aufgenommen hab, hab ich, ähm, mir gedacht, okay, es ist trotzdem eine Folge, die ich aufgenommen habe. Und dann bin ich hergegangen und hab mit Navigation von Chrissy auf dem Server, also Chrissy hat mich komplett navigiert, dass ich das da hier quasi hier auch auf unserer Map jetzt einmal umsetze. Das heißt, das da hier ist jetzt wirklich eins zu eins auf den Block genau, genau das, was ich mit Chrissy gemacht hab. Der Crafting Table ist hier, sogar die Fackeln sind exakt an perfekter Position. Dann hier die Treppe natürlich, ähm, hier das Ganze ist so, wie ich es ganz genau mit Chrissy gemacht hab. Auch dieses, dass es hier unten alles massiv ist, dass da hier also wirklich jeder einzelne Block ist eins zu eins genau, jede Fackel genau. Sogar, sogar die drei Fackeln, die hier gesetzt wurden, ähm, in der, äh, in der letzten Folge mit Chrissy, sogar die hab ich gemacht. Ähm, ich hab zwar vor dem Lockdown schon eine Folge aufgenommen, wo ich hier schon weiter war, aber ich hab dann das Ganze so gemacht. Ich hab, ähm, dann natürlich auch wieder Sachen abbauen müssen, aber ich wollte quasi nicht zweimal diese Folge rausbringen müssen, wo ich hier das baue. Und zwar einmal die Folge ohne Chrissy und einmal dann nach dem Lockdown auf der Übergangsmap, äh, das da hier, weil ich hab die Folge halt mit Chrissy aufgenommen, weil ich mir noch nicht sicher war, okay, bekomm ich diese Map hier wieder. Jetzt weiß ich's natürlich. Und ja, dann hab ich das Ganze eben so gemacht, ich hab mir, äh, eine Spitzhacke und eine Axt gecheatert. Ähm, die hab ich jetzt natürlich wieder weggeworfen, weil, ähm, ich musste wieder viele Blöcke abbauen und neu bauen. Und, ähm, ich hab das Ganze dann so gemacht, ich hab nicht diese Spitzhacke hier genommen, weil ansonsten wär die da hier leer gegangen und dann wäre ich wieder ins Nether gegangen und dann hätte ich dort, äh, quasi wieder Nether Quartz abbauen müssen, was dann quasi, ja, von den Blöcken her nicht korrekt wäre. Aber jetzt hab ich das Ganze quasi so, ich hab, ähm, mir die Werkzeuge gecheatert, hab das Ganze im Game Mode 0 gemacht, sodass die Blöcke wirklich 1 zu 1 sind, sag ich jetzt einfach mal, also die Blöcke, die richtige Anzahl an Blöcken gebaut, die richtige Blöcke an, äh, Blockanzahl weg, weil hätte ich das im Creative gemacht, dann hätten wir jetzt eine, ja, verfälschte Menge an Blöcken. Und hätte ich das mit dieser Spitzhacke hier gemacht, dann hätten wir auch eine verfälschte Anzahl an Blöcken, weil, ähm, ja, genau, und somit hab ich dann quasi mir Blöcke ercheatet, äh, nicht Blöcke ercheatet, sondern, äh, Werkzeuge ercheatet, mit denen ich das Ganze hier abgebaut hab. Und diese Werkzeuge, die hab ich dann zum Schluss wieder weggeworfen, also, im Game Mode 1 quasi wieder, ne, hoch ins Inventar, dass sie wirklich hundertprozentig weg sind. Und die Blockanzahl ist jetzt wirklich 1 zu 1. Genau, des Weiteren hatte ich einen Stream, der leider nicht so gut lief, ähm, weil ihr, ja, kaum was gesehen habt, aber hier sieht man schon ein bisschen, was ich in dem Stream gemacht hab, und zwar da hab ich schon mal so ein kleines bisschen das Dach angefangen. Und das möchte ich euch auch einmal ganz kurz zeigen, weil ich gerne eure Meinung dazu wissen würde. Ähm, und zwar, Moment, ich geh mal in die große Halle rein. Ähm, und zwar hab ich auch in der großen Halle jetzt schon die Wände und Säulen gesetzt. Ähm, und, äh, ja, so sieht das Ganze jetzt hier aktuell aus. Also wirklich hier noch diese Zwischendinger fehlen. Aktuell kann ich leider, das sag ich auch jetzt direkt, ich kann keine Streams machen aus technischer Sicht, weil unser Internet einfach viel zu bekloppt ist. Äh, ja, und von dem her geht es halt leider nicht, aber, ähm, ich kümmere mich drum, ich bin zwar 17, ich kann jetzt nicht unbedingt die Welt bewegen, ähm, aber ich gebe mein Bestes, dass wir, äh, einen neuen WLAN-Router so schnell wie möglich bekommen, dass ich hier auch wieder so schnell wie möglich, ähm, machen kann, weil wir haben zwar eine 100er-Leitung, was eigentlich gutes WLAN ist, aber es ist halt so, dass unser WLAN-Router schon ziemlich alt ist, und deswegen, ja, habe ich mal eine Download-Rate von, äh, 100 MB, was ja eine 100er-Leitung ist, aber dann geht es auch mal schön runter auf, äh, auf Dingenskirchens, ähm, auf 30. Genau, das kann nämlich auch passieren. Und dann setzt das WLAN auch mal komplett aus und, ja, es ist allgemein ziemlich nervig. Ähm, aber ja, deswegen würde ich, ähm, ja, wo, wo könnte ich denn weitermachen? Ich habe, ah, ich habe eine Idee, wo ich weitermachen könnte. Ähm, weil hier würde ich eigentlich ungerne weitermachen, weil das da hier ja eine Umbauaufgabe ist, wobei eigentlich können wir das ja trotzdem machen. Ja, Leute, ich kümmere mich heute ein bisschen um die Eingangshalle. Also, ihr seht auch, ich habe heute, äh, gar keinen Plan wirklich, was ich wirklich machen möchte. Ähm, ich bringe erstmal ganz kurz hier die, äh, die Steine weg, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Ähm, dazu gehört das da hier und das da hier, genau. Dann hier habe ich ja, ja genau, das lasse ich jetzt einfach mal. Den Rucksack, den kann ich eigentlich immer hier bei uns halten. Ähm, ah, Moment, ich habe euch noch gar nicht alles erzählt, was ich, äh, in dem Stream gemacht habe, weil ich wollte euch auch nach einer Meinung fragen. Ähm, aber erstmal, Moment. Erstmal hier treppen und, ja, die Dinger hier nehme ich auch mal mit. Äh, ja, sollte eigentlich passend sein. Und was ich dann auch direkt machen kann, ist, ich nehme mir Sandstein mit. Ja, genau. So. Ähm, ah, gemeißelter Sandstein, auch nicht schlecht. Äh, genau so. Und zudem dann auch noch hier Netherrack. Ja, kann ich ruhig ein kleines bisschen mehr mitnehmen. Ähm, dann was könnte ich noch gebrauchen? Ah ja, Feuerzeug brauche ich. Da reicht, glaube ich, eins. Ähm, und Falltüren brauche ich. So. Genau, ich glaube, dann sind wir jetzt eigentlich ganz gut für diese Folge equipped. Ähm, und ihr seht auch, ich bin jetzt hier gerade offline. Das liegt daran, eigentlich hätte ich jetzt gerne eine Folge mit Chrissy aufgenommen. Ähm, aber, ähm, dieser Map hier, die ist aktuell nicht auf dem Server. Und, äh, da, da warte ich zur Zeit ein bisschen auf, äh, Carmen, die, äh, sehr, sehr wenig Zeit hat zur Zeit. Also, ich habe da vollstes Verständnis auf jeden Fall für. Ich hoffe auch mega, dass ich hier nicht auf die Nerven gehe. Weil ich, ähm, halt immer mal wieder so nachfrage, hey, ne, wie sieht's aus? Ähm, aber da kann sie sonderlich wenig dafür, also relativ wenig dafür. Und hä, wir haben gemeißelten Stein benutzt? Echt jetzt? Wobei ich... Na gut, welchen Stein? Uh. Oh, das kenne ich, das kenne ich aus dem Harry Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das steht für, ähm, das ist irgend so ein magisches Symbol. Das steht für so drei Sachen, sowas wie Sonne, Mond, Sterne, Hund, Katze, Maus. Ähm, keine Ahnung. Free Willy, ne, keine Ahnung. Ne, äh, aber ich, 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 ich kenne das Symbol. Ähm, dann nehme ich, glaube ich, doch lieber den gemeißelten Stein. Weil der sieht dann doch nochmal ein bisschen besser aus. Und der passt dann auch nochmal ein bisschen besser, eben gerade deswegen, weil der halt, ähm, ja, weil der halt, äh, da dann so passend ist, dembezüglich. So, genau, dann habe ich jetzt hier gemeißelten Sandstein. Und hier gemeißelten Sandstein kann der natürlich hier drauf, drauf gepackt werden. So. Und ja, gut, eigentlich hätte ich dann die zwei jetzt auch direkt abbauen können, die ich ja hier jetzt falsch gesetzt habe. Aber naja. So. Genau, und die da hier bleiben. Und da kommt dann jetzt hier nur noch so einer drauf. Ja, genau. Dann hier nochmal so. Na, Moment. Die sollen nicht gleich sein. Und dann hier nochmal so. Ja, passt doch eigentlich. Genau. Und da kommen dann jetzt die da hier drauf. So. Genau. Und dann hier nochmal. Und dann hier nochmal. Wobei ich mir gerade überlege, ob ich die vielleicht ein bisschen weiter an den Rand stellen soll. Also, Moment, ich zeige euch das gerade mal ganz kurz. Also hierhin quasi. Ja, ich glaube, das könnte besser sein. Huch. Ich reiße das halbe Hogwarts ab. Ähm. Moment, ich will den... Ah, da ist der Stein gut. So. Genau, baue ich das da hier auch nochmal ab. Und dann kommt das quasi hierhin. Ähm. Und dann nochmal hierhin. Und dann kommt das da hier quasi... Oder Moment mal, eigentlich kann ich ja jetzt dann schon direkt hier so machen. Dann hole ich mir mal das Feuerzeug hier runter. So. Und dann mache ich so. Genau, und dann brennt das Feuer hier oben auch schon direkt. Ja, sehr schön, Luca. Ja, das hast du sehr, sehr gut gemacht gerade. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Und, äh, ja, genau. So. Dann hier auch nochmal so. Und dann geht's hier rüber. Und dann zünde ich das da hier an. Und das da hier wird komplett runtergebaut. So, dann fehlt jetzt nur noch der, der hier. Äh, so und so. Und so. Genau, und dann noch die Falltüren. Die habe ich hier. So. Und zwar ist bei der Abstimmung, die May für uns gemacht hat, äh, rausgekommen, dass ihr euch, ähm, also dass die meisten von euch gerne das Ganze hier so hätten. Mit einem Block quasi Abstand. Ähm, ja, da waren wohl die meisten dafür. Ähm, und ja, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden damit. Also ich finde das tatsächlich auch besser. Ähm, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie einfach ein bisschen schicker. So. Also nicht schicker, also so, ne, schicker. Vielleicht kennt ihn ja manche von euch. Ähm. Äh, aber ja, genau. So. Gut, dann hätten wir das ja schon mal gemacht. Wie wir das Ganze jetzt hier machen, ist halt so ein kleines bisschen die Frage, ehrlich gesagt. Weil, äh, ja, wie ihr euch schon denken könnt, habe ich jetzt keine Lust unbedingt, die große Halle hier anzuzünden. Ähm, aber ich gucke gerade mal. Ich glaube, ich mache das hier innerhalb der großen Halle dann hier so. Bist du so beim Zwischengang einfach. Und dann hier nochmal so. Ja, ich denke, das könnte ganz gut sein. Und dann hier nochmal so. Und dann so. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es nicht übergreift, das Feuer. Ah, wartet mal. Da hatte mir... Haha, Moment. Chrissy hatte mir da, äh, äh, was geschickt. Moment mal. Chrissy. Chrissy, Chrissy, Chrissy. Genau da. Äh, äh, äh. Hä, wo steht denn das alles? Ich weiß es nicht. Hilfe. Äh, mit Sternen markierte. Genau hier. Da will ich hin. Ja, genau. Äh, genau. Und zwar slash, äh, game rule do fire tick falls. Äh. So, dann nochmal. Genau, weil dann dürfte sich Feuer jetzt eigentlich nicht mehr ausbreiten, was ja generell wichtig für unser Hogwarts ist, weil wir ja, äh, ja, ein Dach aus Holz haben. Und ja, wenn sich da irgendwas entzündet, dann wäre es jetzt nicht so praktisch. Ähm, genau. So, ähm, und dann hier so, und dann hier so, und so, 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 und so. Genau, dann haben wir das da hier auch schon mal geschafft. Ähm, und ja, so sieht die, äh, große Halle jetzt aktuell aus und ich bin mega zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mich würde natürlich auch mal interessieren, was ihr von den Fenstern so haltet. Also, dass hier so ein kleines Fenster ist und da drüber so ein größeres und da, also hier beginnt dann natürlich das Dach. Und ah, genau, was ich euch zeigen wollte. Nämlich habe ich mir etwas überlegt, was ich mal, äh, irgendwo gesehen habe. Und zwar, ähm, dass man quasi hier, ähm, ja, so einen kleinen Weg quasi, äh, hat, womit man dann, äh, ja, nochmal so runterschauen kann. Dass man hier quasi am Rand von, äh, Hogwarts so einen Weg hat. Und das soll dann quasi so sein, man kommt quasi hier so raus durch diese Wand, also durchs Treppenhaus. Das wird dann, Moment. Ja, hier ist so ein bisschen nervig, weil die Steine hier, das sind halt so ganze Blöcke. Das ist nicht wie bei den Mauern. Ähm, das konnte nicht besser gemacht werden. Also, vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der sich da besser auskennt. Also, ihr seht ja auch, ähm, hier wurde extra der Block vergrößert. Der sichtbare Block nicht, aber der Block an sich wurde vergrößert, sodass man nicht drauf springen kann. Was natürlich anders ist als jetzt, äh, bei den ganz normalen Mauern, die man, äh, äh, ja gut, jetzt hier aktuell nirgends sieht. Ähm, aber ja. Und dann wäre quasi hier so eine kleine Tür. So. Ähm, und dann würde man hier so durchkommen und dann könnte man so einmal hier so entlang und hätte dann die Möglichkeit, hier durch zu gehen. Also, da wird dann auch nochmal ein Raum sein. Das wäre dann der Plan. Ähm, und, äh, hier auf der Seite, äh, auf der Seite natürlich das Gleiche. Einmal, äh, hier auch wieder so. Das da hier. Kommt man hier so raus. Und dann kann man eben hier so entlang laufen. So. Und dann hier quasi so einmal an der Kante der großen Halle entlang. Und auf der anderen Seite des Daches wird es dann auch nochmal einen, äh, Ausgang geben, wo man dann auch auf der Seite komplett entlang laufen kann. Ähm, und, äh, ja, ich finde das eigentlich auch ganz, äh, cool. Also, ich würde mich da eurer Meinung anschließen. Also, auch wie ihr das generell so findet. So, wie vom Aussehen her. Ähm, was ich halt cool finde, ist, wenn man dann zum Beispiel so hier steht, dann könnte man mit hoher Sichtweite, also irgendwann will ich mir auch einen, äh, einen deutlich stärkeren PC holen. Ähm, und dann könnte man auch nach hinten auf Hagrid's Hütte schauen und sowas, was ich halt auch mega geil finde. Ähm, und auch hier so nach hinten raus und, äh, hier wird ja so ein Weg um die große Halle rumkommen. Und dann kann man da so auch runterschauen einfach und ich finde das irgendwie mega cool. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich liebe so Aussichtsplattformen einfach mega. Aber ich würde mich da auf jeden Fall euch anschließen, wie ihr das Ganze findet, auch so vom Design her, wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal so anschaut, quasi, ähm, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Ähm, ja, würde ich mich da nach euch richten. Und, äh, ja, genau. So, ähm, dann. Kann ich jetzt aktuell hier noch irgendwas machen? Habe ich gerade auf irgendwas Lust? Ja, ich hätte tatsächlich auf etwas Lust. Und zwar auf den Kamin. Da würde ich mich jetzt gerade irgendwie gern, äh, ganz gerne mal dran begeben. So, und zwar gibt es einen einzigen Kamin hier auf dieser Seite. Und, ähm, ja. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz schauen, wie ich das jetzt am besten mache, wie weit der rauskommen soll. Weil, okay, ich habe jetzt gerade keine schrägen Mauern mehr dabei. Ich hatte Gitter, aber ich glaube, Gitter sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ähm, hm. Okay, wie mache ich das? Das ist jetzt halt die Frage. Aber ich glaube, ich mache das dann einfach so, dass ich das Dach jetzt einmal hier rausnehme. So. Und dann quasi hier so noch mache und so. Genau, dass es hier so einmal so runter geht. Genau, dann hole ich mir mal gerade ganz kurz hier die Steine wieder. Tada. Und hey, da ist ein Bär. Hallo Bär. So. Ähm. Genau, und dann mache ich jetzt hier einmal so. Ja, genau. Ähm. Hm, hm, hm. Und dann mache ich das, glaube ich, so, dass ich hier quasi so einmal das da hier rausnehme. So, und das da hier dann quasi so runtersetze. Und hier dann auch nochmal. So, und dann hier auch wieder so nach oben ziehen. Genau, und dann wäre das da hier quasi jetzt aktuell der Kamin, den wir jetzt hier so hätten. Gut. Ähm. Dann würde ich das wahrscheinlich so machen, dass der Kamin hier so weit noch rauskommt. Und dann ist hier so ein Einer-Durchgang, was aber jetzt auch nicht so verkehrt ist. Aber ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ähm. Habe ich Mauern? Ne, habe ich nicht. Ähm. Moment mal, ich hole mir aber gerade mal ganz kurz Mauern. Wir sind jetzt hier bei 19 Minuten. Ich kann auch nicht mehr so lange, weil in 7 Minuten kommt die Premiere. Äh, also dann ist 15 Uhr und dann kommt die Premiere zum vorletzten Trailer für The Last of Us. Das heißt, ich mache jetzt hier auch nicht mehr lange weiter, auch wenn ich irgendwie Lust darauf habe. Äh, ja, ich nehme jetzt einfach mal hier die schrägen Bauern mit. Die sind so ein bisschen schräg. Und dann die da hier. Und ja, das da nehme ich mir auch mal mit. Und das hier auch mal. So, dann bin ich auf jeden Fall ausgerüstet. So, und dann einfach mal gucken. Ah, genau. Und was auch noch eine Frage ist. Ähm. Obwohl, ne, das frage ich nicht jetzt. Das würde jetzt zu lange dauern für die Zeit, die wir jetzt haben. Ähm. Bezüglich des Eingangs. Äh. Das Eingangs zu meiner Base. Da wollte ich euch noch was fragen. Also, ähm. Ich habe das schon öfter mal angesprochen. Ähm. Aber jetzt noch keine konkrete Antwort darauf bekommen. Soweit ich mich jetzt erinnere. Ähm. Aber, äh. Ja. Genau. Genau so. Hm. Gefällt mir das. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Wenn ich jetzt das hier mal so hochziehe. Einfach mal so zwei höher. Und das ist ja dann auch nochmal. Genau. Ähm. So. Und dann kommt jetzt hier einfach mal so diese Decke einfach hin. Genau so weit jetzt erstmal. Dann wäre das da hier jetzt quasi erstmal der Kamin. Und ja, genau. Ich habe die Dinger dabei. Das passt gut. Dann mache ich jetzt einfach mal hier so. Ja, genau. Ja. Wobei vielleicht sogar. Ja. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Dann hier vielleicht doch nochmal so. So. Obwohl, ne. Das sieht dann auch wieder kacke aus. Moment. Ähm. Ähm. Ne. Dann mache ich hier so. So. Moment, ich mache nochmal kurz alles ab. Das verbrennt alles. Ähm. Ähm. Genau. Hier so. Und. Dann hier nochmal weg. Und so. Genau. Und dann quasi hier so. 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 Genau. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, das sieht doch schon viel gemütlicher aus. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Und dann wäre es quasi so, dass der Kamin jetzt hier quasi so weiter geht. Moment, ich mache das jetzt lieber mal hier so. 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 Und. So. Und dann hier wieder so. So. Ähm. Und so. Genau. Dann würde er von außen jetzt zumindest mal so aussehen. Und dann geht der hier quasi. Ähm. Moment. Genau. So quasi. Und dann hier so. Und dann hier so. Ähm. Und dann hier. Äh. So. So. Und genau. Dann gehen die beiden hier jetzt einfach mal nach oben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gut aussehen wird. Ich probiere es jetzt gerade einfach mal. Ähm. Ähm. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Weil das Fenster, das wird sowieso zugemacht. Also hier wird kein Fenster sein am mittleren. Das ist auch so in der Originalvorlage. Ich gucke mir das auch nochmal ganz genau an. Aber ja. Kann ich mit leben auf jeden Fall. Wie findet ihr das denn? Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Ah genau. Und hier kommt dann natürlich der, der hier nochmal hin. Ähm. Und ja. Sagt es mir gerne mal, wie ihr das findet. Und ja. Jetzt haben wir natürlich keinen großen Fortschritt gemacht. Ähm. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ja. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was ist hier mit dieser Folge. Denn in zwei Minuten beginnt die Premiere und da will ich dabei sein. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem kostenlosen Abo. Huuuuh. Sorry. Was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von We Will Potters World. Das war's von mir dem Löwen. Bis dann. Tschüss. Und ciao.